Herzlich willkommen bei den Premieren in Frankfurt. Ich freue mich riesig heute mit Andreas Plathaus zu sprechen. Mein Name ist Lisa Zeitz, ich bin die Chefredakteurin der Weltkunst. Andreas Plathaus vorzustellen ist für mich ein Wunder, was er alles für tolle Bücher geschrieben hat und in wie viele verschiedene Welten er schon eingetaucht ist. Er ist wahrscheinlich der größte Kenner von Comics überhaupt in Deutschland. Er hat über Karikaturen geschrieben, über Comics natürlich, aber auch eine Biografie von Alfred Herrhausen. Er hat über die Völkerschlacht von 1814 geschrieben und jetzt zuletzt ein Buch, was wirklich toll ist und das wir heute besprechen. Lionel Feininger, Porträt eines Lebens. Andreas Plathaus ist der Chef des Literaturressorts der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Daher kennen wir uns auch, weil ich früher selber für die FAZ geschrieben habe und ich freue mich wirklich sehr, dass wir hier heute zusammensitzen. Die Freude ist ganz meinerseits und wer es nach der Einführung noch nicht versteht, dem ist dann auch nicht zu helfen. Lisa und ich haben in der Tat ein wunderbares Verhältnis seit mehr als 15 Jahren, seit sie für die FAZ geschrieben hat. Und sie ist wiederum jemand, der in Deutschland über Kunst schreibt in einer Weise, wie man es so gut wie überhaupt nicht findet. Wunderbar anschaulich, wunderbar leidenschaftlich. Also ich freue mich auch auf dieses Gespräch. Wunderbar. Und wir haben uns ja auch lange nicht gesehen und gerade haben wir überlegt, wann war das letzte Mal? Wir haben uns gesehen, als du den Orden von Frankreich verliehen bekommen hast. Chevalier des Sars et des Lettres. Wobei man sagen muss, er wurde in Berlin verliehen. Ja, das stimmt. Okay. Das war gut, weil dann hatte ich es nicht so weit. Aber es war eine Ehre, dabei zu sein. Heute sprechen wir über dieses neue Buch, was im Rowold-Verlag herausgekommen ist. Und ich möchte aber gleich die Biografie sozusagen auf die Recherchen eingehen, die du hier betrieben hast. Denn du warst Stipendiat an der Thomas Mannhaus, einer der ersten Stipendiaten dort, seit es dort als Refugium für deutsche Intellektuelle eingerichtet wurde. Erzähl doch mal, wie es war. Ich weiß auch, wie es war, weil du dort auch ein Buch geschrieben hast. Dort auf den Palisaden heißt es. Du hast ja auch gesagt, der Titel dieses Buchs stand schon vorher fest, denn die Adresse des Thomas Mannhauses ist Pacific Palisades. Wie konntest du dort auf Feiningers Spuren wandeln? Es war in gewisser Weise fast schon notwendig, mich dort mit Feininger sehr intensiv zu beschäftigen. Denn um dort Stipendiat zu sein, muss man ein Projekt einreichen, was einen deutsch-amerikanischen Bezug aufweist. Und die Überlegung, die ich hatte und was ich dann eben auch eingereicht hatte, war eine Forschungsarbeit zum Leben der aus Deutschland exilierten Bauhausmeister in den Vereinigten Staaten. Wir wissen ja alle, dass da viele hingegangen sind. Gropius natürlich der berühmteste, aber auch Moholy-Natsch und eben Feininger. Und wir könnten diverse andere nennen. Was ich allerdings auch von Anfang an wusste, ist, dass das natürlich ein sehr ambitioniertes Projekt ist, weil man eigentlich über jeden von diesen Menschen ein eigenes Buch hätte schreiben können, vielleicht auch müssen. Und als ich dann feststellte, dass in Los Angeles, wo Pacific Palisades ein Vorort von ist, sich einer der wirklich bemerkenswertesten Bestände zu Feiningers Leben befand, habe ich relativ schnell mir überlegt, dass ich tatsächlich hier ein einzelnes Buch schreiben werde. Dass ich das, was ich so als Plan hatte, nämlich zu schauen, wie wird man in Amerika heimisch als Bauhausmeister, was für Auswirkungen hat das auf die amerikanische Kultur, das dachte ich, kann man wahrscheinlich auch ganz gut mit Feininger machen. Wobei Feininger ja das Besondere hat, dass er ein gebürtiger Amerikaner war und überhaupt erst mit 16 nach Deutschland gekommen ist, aber dann 50 Jahre dort gelebt hat. So war es für ihn ein Rieseneinschnitt zurückzugehen. Und als ich dann eben mitbekam, dass einer der allerbemerkenswertesten Bestände, nämlich das Erbe einer engen Freundin von ihm, die in Los Angeles gelebt hat, Galkascheier heißt die Frau, dort in Los Angeles logischerweise aufbewahrt wird und für mich einsehbar war, habe ich gedacht, das schaust du dir jetzt mal an. Denn das ist etwas, was noch nicht alle Feininger Forscher durchforstet haben. Und das hat in der Tat sehr viele interessante Aspekte zutage gefördert und die Arbeit an dem Buch extrem erleichtert. Bist du eigentlich durch die Comics auf Feininger gekommen? Ja klar. Also das ist in der Tat so, dass ich seit mindestens 20 Jahren den Gedanken vor mir herschiebe, du musst mal was wirklich Größeres über Lionel Feininger schreiben. Feininger war vor allem in frühen Jahren in Berlin ein bedeutender Karikaturist. Der ist schon mit Anfang 20 zu einem der wirklichen Stars seiner Zunft aufgestiegen. Das wusste ich selber auch alles nicht. Aber was ich wusste war, dass er 1906 für eine amerikanische Zeitung engagiert wurde. Da lebte er noch in Berlin und sollte einfach Comics zeichnen für die. Witzigerweise wollten die vor allem deutsche Zeichner, weil damals deutsche Cartoons einen Irrenruf hatten. Und die Chicago Tribune hatte diesen sehr, sehr seltsamen Plan, im Mutterland der Comics mit deutschen Comiczeichnern eine eigene Beilage zu machen. Und der einzige gebürtige Amerikaner, der aber bevor die Comics überhaupt etabliert wurden, schon in Deutschland war, war eben Lionel Feininger. Das Ganze erwies sich dann auch als Flop. Es ist eine mit wirklich Pauken und Trompeten gescheiterte Mission gewesen. Die Zeitung hat das nach einem Dreivierteljahr sofort wieder eingestellt. Aber Feininger hat immerhin zwei Serien für sie gezeichnet, die für mich zum Besten zählen, was Comics überhaupt hervorgebracht haben. Einmal The Kinder Kids und dann We Willi Winkies World. Und diese Serien haben mich von Anfang an, als ich sie kennenlernte, als 17-, 18-Jähriger absolut begeistert. Und ich wollte immer mehr über die Person wissen, die diese Sachen gemacht hat. Und dann bekam ich erst mit, was für ein bedeutender Künstler im 20. Jahrhundert der Mann gewesen ist. Und dann kam noch die Vorgeschichte als Karikaturist dazu. Sprich, da war für mich jemand, von dem es völlig klar war, dass ich über den erzählen wollte. Und es hat dann eben sehr lang gedauert, bis ich die notwendige Zeit und auch die Archivstudien dafür anstellen konnte. Aber zufälligerweise wird er jetzt in einem Monat 150 Jahre alt. Das heißt, es ist auch genau der richtige Zeitpunkt, um mit einem Buch rauszukommen. Die letzte Biografie auf Deutsch ist 1959 erschienen. Also man kann allmählich mal wieder was über ihn sagen. Wunderbar. Also es wurde ja schon einiges in den letzten Jahren über die Beziehung von Feininger, den man ja vor allem als Maler kennt, als Comiczeichner. Da wurde viel geforscht. Und du hast dich aber in dieser interessanten Biografie dann auch an ein Thema gewagt, was bisher in der Forschung eben etwas unbeachtet geblieben ist. Nämlich seine Zeit in der NS-Zeit. Er war ja einmal mit einer jüdischen Pianistin verheiratet. Die zweite Frau war auch Jüdin. Und er hat diese Zeit in Deutschland erlebt. Und das ist also eine Zeit, die wirklich bisher noch nicht so beleuchtet wurde. Was kannst du dazu sagen, wie das für Feininger als Amerikaner war mit einer jüdischen Frau in Deutschland? Wie hat er diese Zeit erlebt? Man muss sagen, dass vor allem für seine jüdische Frau, für Julia Feininger, ein Albtraum gewesen ist. Wie es wahrscheinlich für jeden Juden in Deutschland von 1933 an albtraumhaft gewesen ist. Ich habe da wieder gemerkt, einfach aufgrund dessen, dass man einfach nur mal so ein bisschen nachvollziehen konnte, was passiert mit der Familie von Julia Feininger. Die kam aus einer sehr prominenten Berliner Familie, die einen großen Kaffeehauskonzern besaß, der rund um Deutschland Filialen hatte. Und natürlich wurden die von April 1933 an systematisch schikaniert, boykottiert, versucht, aus ihrem Unternehmen rausgedrängt zu werden. Mit dem Unternehmen hatte Julia gar nichts zu tun. Aber ihre Verwandten waren teilweise auch große Kunstsammler. Das heißt, die waren enge Freunde und auch Förderer von Lionel Feininger gewesen. Und wenn man dann so anhand der persönlichen Korrespondenz eines solchen Ehepaars mitbekommt, wie nahe Verwandte, enge Sammler und sowas plötzlich systematisch aus einer Gesellschaft ausgegrenzt werden und eben nicht erst über Jahre hinweg, sondern von Anfang an, dann ist das etwas unglaublich Beklemmendes. Und das auch wiederum Beklemmende ist, dass Lionel Feininger das zwar alles natürlich mitbekommt, auch darüber schreibt, aber überhaupt keine Konsequenz daraus zieht. Man sollte ja denken, er geht jetzt sofort als amerikanischer Staatsbürger, der Zeit seines Lebens geblieben ist, aus dem Land raus, bringt seine Frau und seine drei Söhne, die natürlich alle für die Nazis als Halbjuden galten, irgendwie in Sicherheit. Aber das hat er nicht getan, weil Feininger panische Angst davor hatte, in seiner künstlerischen Bedeutung zu verlieren. In Deutschland war er in der Weimarer Republik ein absoluter Superstar seiner Zunft und er hoffte, eine gewisse Zeit lang das auch unter den Nazis noch bleiben zu können. Von heute an total unbegreiflich, aber aus seiner Sicht damals gar nicht inkonsequent. Und dementsprechend hat er gegen die wirklich intensivsten Bitten seiner Frau sich jahrelang geweigert, nach Amerika zu gehen. 1937, also nach vier Jahren im Naziregime, hat er es dann endlich geschafft, ist über seinen Schatten gesprungen, aber immer noch mit extremem Bauchkrimmen. Und ich glaube, wenn es nicht ganz unerträglich geworden wäre in Nazi-Deutschland, wäre er auch nicht gegangen. Der hätte zugunsten seiner Kunst, fürchte ich, das Familienglück wirklich aufs Spiel gesetzt. Denn so sehr natürlich ihn wiederum auch als Ausländer und als eben Arier, dann wiederum es eine Art Schutzfunktion für seine Familie gab, solange sie verheiratet waren, war es natürlich trotzdem ein unerträgliches Leben. Weil Julia Feininger beispielsweise in deren Urlaubsort mit einem Transparent empfangen wurde, Juden sind hier unerwünscht. Und man kann sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, was das für einen Menschen bedeutet. Oder ich kann es mir jetzt besser vorstellen, nachdem ich es einfach aus der Familienkorrespondenz gelesen habe. Und das war für mich immer eines der großen Rätsel. Wie kann jemand wie Feininger als Bauhausmeister mit dieser Verwandtschaft, wie kann der vier Jahre im NS-Deutschland bleiben? Und jetzt weiß ich, warum. Du hast ja auch wirklich sehr prägnante Briefe zitiert. Julia Feininger und ihr Mann haben sich sehr viel geschrieben, wenn sie sich nicht gesehen haben. Und da er sich ab und zu im Sommer absentiert hat, um sich ganz seiner Kunst widmen zu können. Haben sie sich dort jeden Tag geschrieben. Vielleicht wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, dass du eine Briefstelle vielleicht zu genau diesem Thema vorliest. Ja, gerne. Denn da gibt es eine, die sich wirklich wunderbar eignet. Das ist gar nichts so gravierendes. Es gibt andere Stellen aus der Korrespondenz, die teilweise politisch viel brisanter sind und ein gewisser Rätsel auch betreffend Feiningers Grundsympathie für bestimmte Aspekte des Nationalsozialismus wiederum setzen. Aber das, was ich vorlesen möchte, ist ein für mich wirklich verblüffender Brief aus dem Jahr 1935, also schon relativ tief in der Nazizeit drin. Und die Feiningers hatten von den frühen 20er Jahre an einen festen Ferienort, der mittlerweile in Polen liegt. Deeb, ein Ostseebad. Es muss wunderschön dort sein, zumindest wenn man in Zeichnungen von Feininger glauben darf. Ich war leider noch nie da. Und dort ist er 1935 wieder hingefahren, erst allein. Und da hat er dann einige Dinge erlebt, die er natürlich dann in seinen Briefen auch an Julia erzählte, die für mich wirklich erstaunlich waren. Denn es gab einen Moment, während er immer wieder gegenüber Julia beschönigt hat, jetzt reg dich nicht so auf, über eben das Banner, Juden sind hier unerwünscht oder über die antisemitische Einstellung der Badegäste oder auch der Depor selbst. Das ist doch gar nicht so schlimm. Aber dann gab es einen Tag, wo Feininger etwas erlebte, was für ihn plötzlich ganz schlimm war. Und darüber schreibt er an Julia wie folgt. Ich komme soeben vom Ortsvorsteher Runge, nachdem ich zuerst Herrn Tesch aufgesucht habe, wegen durch Augenzeugen verbürgter Verleumdung. Es war von einem Dritten, auf den ich auch noch fahnde, nämlich dem Oberkörper, jenem ziegelrot verbrannten Menschen, der schier stets ohne Oberkleid herumläuft, vielmehr humpelt, denn er ist ja invalide, vor Kagelers Ladentüre vorgestern Abend behauptet worden, ich sei Jude. Herrn und Frau Tesch fand ich, es war 8.10 Uhr morgens, in ihrer Laube Kaffee trinkend. Den alten Manne habe ich in aller Ruhe gefragt, woher er denn wisse, dass ich Jude sei? Und wieso er dazu käme, öffentlich vor Zeugen und trotz Kagelers genauester Widerrede, so etwas zu behaupten? Du hättest nun den alten Recken sehen sollen, wie er versuchte, alles zu leugnen. Ich habe schonungslos weiter ausgesagt, was man mir erzählt hatte und ihn ausgefragt, mit dem Resultat, dass er sich mit seiner schweren Krankheit entschuldigte. Wenn er, was er absolut nicht mehr wisse, etwa gesagt haben sollte, dann bete er mich um Verzeihung. Er war zuletzt immer wieder, dass ich seine Entschuldigung annehmen möchte. Es war mir schwer, ihn so vor mir zu sehen. Er war sehr erschüttert. Ich erfragte dann von ihm den Namen des Oberkörpers und erfuhr, dass der bei Johann Wachs wohnt und Knag heiße. Lawrence und ich, Lawrence ist einer der Söhne der Feiningers, Lawrence und ich sind ihm und seiner Frau in den letzten Tagen unterwegs öfter begegnet. Und es fiel uns auf, wie grotesk verzerrt sein Gesicht wurde, als er geradeaus nach vorne starrend an uns vorbeiging. Ebenso seine alte. Na, den stelle ich heute auch noch. Und dann habe ich hoffentlich so ziemlich hier ausgemistet, genügend Muckraking getan. Und während Feininger diesen Brief an seine Frau schrieb, und das beschreibt er in dem Brief ganz wunderbar, sieht er plötzlich draußen genau diesen Typ, nachdem er sich erkundigt hat und der behauptet hat, Feininger sei Jude, vorbeilaufen. Und der unterbricht dann sein Briefschreiben und springt raus und erzählt dann später Julia im Brief, was nun passiert ist. Als er vorüberging, sprang ich hier vom Schreiben auf, ging an den Zaun und rief ihn an. Dem habe ich es aber ebenfalls mit Ruhe und Bestimmtheit gesagt, was ich auf dem Herzen hatte. Weil viele behaupteten, ich sei Jude, hätte er, so sagte er mir, es ebenfalls angenommen. Etc. Er hat sich entschuldigt, was ja die Hauptsache war schließlich, aber dann ein unüberbietbares Gewäsch angefangen über sein überzeugtes Nationalsozialistentum, sodass ich ihn fragte, ob das Nationalsozialistentum denn jeden Anstand und jede Menschlichkeit ausschließe. Das nicht, sagte er, aber er handel nach dem Führerprinzip. Also rücksichtslos. Also kurz, ich forderte kategorisch von ihm Richtigstellung und verließ ihn grußlos, wofür mir ein Heil Hitler nachtönte, er sich auf den Weg zu seiner vorangegangenen Ollen machten. Well, don't you worry, Feininger schrieb bisweilen auf Englisch an seine Frau. I've done a lot of good today and told some mean people just what I think of them. It has done me a lot of good. And you can book it as a result, if it comforts you at all, that if you came here tomorrow, nobody would now dare to say a word or molest you in any way. Und das Bemerkenswerte an dem Brief ist für mich, dass Feininger sich in dem Moment irre aufregt, als man ihn selbst als Juden bezeichnet und dass er vorher, wie gesagt, eben immer wieder beschönigt hat, wenn seine Frau als Jüdin beschimpft wurde. Naja, hab dich jetzt mal nicht so. Und das war für mich schon verblüffend, wie jemand offenkundig dann doch so egozentrisch veranlagt war, dass er sich in der Tat in eine Frau, die er abgöttisch geliebt hat, nicht so weit hineindenken konnte, was das für sie bedeutete. Danach wusste er es. Unglaublich. Es ist toll, wie du auch Julia Feininger beleuchtest. Sie war ja eine ganz große Macht in seinem Leben, denn ohne sie wäre er wahrscheinlich gar nicht Künstler geworden, sondern vielleicht Karikaturist geblieben. Sie war ja angehende Künstlerin, als die beiden sich kennengelernt haben. Beide verheiratet. Es muss die große Liebe gewesen sein. Sie haben es beide gemerkt und haben sich beide scheiden lassen. Und so wurde er zum Künstler. Sie hat dann seine eigene Karriere aber an den Nagel gehängt und wurde seine Managerin. Zum Beispiel, also ich finde es interessant, die Naturnotizen, die Feininger gemacht hat, die, wie groß werden sein? Maximal. Also eher, würde ich sagen, sind es wirklich so kleine Blöcke, zumindest die Blockzeichnungen, die ich zumindest kenne. Das ist wahrscheinlich aus Notizbüchern rausgerissen und so. Winzige, wunderschöne Naturaufnahmen, also Skizzen von Dingen, die er gesehen hat. Und du erwähnst ja auch am Ende des Buches bei seinen Lehrmethoden, dass er sagt, man müsste eine Hüfttasche haben, wo kleine Zettel drin sind, damit man nicht mal merkt, dass die Umwelt nicht merkt, dass man zeichnet, während man diese Skizzen macht. Also ich weiß, dass Julia Feininger die gelocht hat und die wurden dann gelocht, aufbewahrt. Er hat sie immer wieder konsultiert, viele Jahre lang. Aber dieses Lochen, das hat so was Handfestes. Und sie hat ja auch die Briefe redigiert teilweise. Wie zum Beispiel der Brief, den du hier gefunden hast, den hätte doch Julia Feininger nicht durchgehen lassen als biografisches Material. Oder wo hast du zum Beispiel diese Stelle gefunden? Nein, in der Tat. Das war eines der Probleme, die mir auch während der Recherche manchmal Kopfschmerzen bereitet haben. Und nur durch einen großen Glücksfall konnte ich überhaupt dann letztlich auf dieses Material zurückgreifen. Der ganze Nachlass von Feininger liegt an der amerikanischen Ostküste, liegt in Harvard, an der dortigen Universität. Da hat Julia Feininger, weil die beiden in der Nachbarschaft wohnten, das hingegeben und sie hatten Verbindungen über Gropius dahin. Darum lag das nah. Das Problem ist aber, dass Julia Feininger schon zu Lebzeiten von Lionel, der ist 1956 gestorben, angefangen hat, diese Briefe abzuschreiben, um sie für etwaige Ausstellungsprojekte oder auch Buchprojekte oder Aufsätze über ihren Mann oder Interviewvorbereitungen zur Verfügung zu stellen. Und da hat sie natürlich auch wiederum genau ausgewählt, was sie da rausließ. Es sind viele Briefe einfach nur in Ausschnitten von ihr zusammengefasst worden, vor allem auch ins Englische übersetzt worden und einige überhaupt nicht. Dieser gehört zu denen, die überhaupt nicht ins Englische übersetzt worden sind. Und wenn man nach Harvard kommt, um da zu forschen, dann kriegt man ganz selbstverständlich die Abschriften von Julia Feininger zur Verfügung gestellt. Das wusste ich aber nicht. Ich war nur total verblüfft, weil ich wiederum aus einem Ausstellungskatalog aus New York ein sehr markantes Zitat zum Nationalsozialismus von Feininger kannte und dachte, als ich diesen Bestand durchguckte, ja wo ist das denn um Gottes Willen? Diesen Brief gibt es ja überhaupt nicht. Und dann erkundigte ich mich genauer und stellte fest, das Ganze liegt in einem ganz anderen Archiv der Universität. Und mir wurde dann auch gesagt, ja das geben wir im Regelfall nie raus. Denn es ist ja viel praktischer, diese Abschriften zu machen. Denn erst mal sind die natürlich viel weniger heikel und darüber hinaus sind die ja genau zum Zitieren gedacht. Aber das ist natürlich genau das, was einen Biografen gar nicht so sehr reizt. Der möchte eigentlich die Dinge, die nicht zum Zitieren gedacht gewesen sind. Und dann ging ich zum anderen Archiv, aber ich hatte unglücklicherweise nur ganz kurze Zeit für Harvard vorgesehen, weil ich dachte, ich habe ja alles zusammen. Und es wurde dann, ich denke mal, es wird Stimmen behauptet, da kommen wir im Moment nicht dran, wir haben ein Computerproblem, keine Chance, diese Briefe können wir Ihnen nicht zeigen. Gut, ich dachte, das macht ja nichts, dann kommst du nächstes Jahr wieder. Haha, es war 2019. Nächstes Jahr war 2020. Es war keine Chance mehr, nach Amerika zu kommen. Und nur weil ich jemanden in Harvard kannte, der dort lehrt, konnte ich es ermöglichen, dass über deren Antrag mir diese Briefe als Scans zur Verfügung gestellt wurden. Als Außenstehender hätte ich sie nie bekommen, denn nur Lehrpersonal von Harvard konnte in den Archiven zu diesem Zeitpunkt Dinge anfordern. Also ich schulde dieser Frau wirklich unendlichen Dank, dass sie mir diese Briefe zugänglich gemacht hat. Ich bekam also hunderte von Scans über sie zugestellt und da eben wirklich unglaublich interessantes Material, gerade aus den Nazi Jahren. Ansonsten habe ich noch sehr, sehr interessante Dinge zum Ersten Weltkrieg einsehen können. Wie gesagt, ein echter Glücksfall, denn in der Zeit, als ich dann dachte, damit arbeiten zu können, wäre pandemiebedingt keine Forschung möglich gewesen. Und da bin ich immer noch sowas von dankbar. Also man kann es gar nicht ausdrücken, wie dankbar. Nochmal zurück zur Kunst. Wir haben ja, ich denke manchmal, und dieser Eindruck kam mir auch beim Lesen von deinem Buch, wenn Feininger nicht schon so relativ alt gewesen wäre, als er es zur Kunst gefunden hat. Wie alt war er? 35. 35. Das heißt, auch in der Bauhauszeit, er war ja dann oft der, er zählte zu den älteren Semestern oder war oft viel älter als die Künstler, mit denen er sich umgeben hat. Vielleicht hätte er, er hing ja sehr, also seine Kunst ging über alles und seine Kunst, er war so ein vergeistigter Mensch und hat gerne Dinge ausgeblendet, war ja auch gar nicht so, also war schon in der Gesellschaften, hat wichtige Freunde, Freundschaften gepflegt. Aber es war jetzt vielleicht auch, weil er so ein bisschen älter war, hat er sich gerne zurückgezogen und so an seiner Kunst gearbeitet. Liegt es daran, dass er so zögerlich war, dann Deutschland auch zu verlassen? Er war endlich richtig, richtig erfolgreich, hatte eine Ausstellung in der Nationalgalerie. Der Markt war endlich da. Es gab die deutschen Sammler und Sammlerinnen, die sich für seine Kunst begeistert haben. Liegt es daran, dass er Deutschland nicht den Rücken kehren wollte? Das war ganz gewiss der Hauptgrund. Wobei man sagen muss, es lag nicht nur am Erfolg in Deutschland, sondern zum Teil auch am Misserfolg in Amerika. Denn es war durchaus so, dass er versucht hatte, dort Fuß zu fassen. Nicht, indem er rübergegangen ist. Aber die bereits erwähnte Galka Scheyer, eine junge Braunschweiger. Ja, man muss erst mal sagen, Künstler Muse, die ganz eng mit Jawlensky, sowohl liiert als letztlich dann auch kommerziell verbandelt war, die hatte 1924 die sehr kluge Idee, als Agentin für ganz namhafte deutsche Künstler nach Amerika zu gehen und deren Kunst dort populär zu machen. Das sind tatsächlich eine irre große Namen, nämlich neben Feininger noch Wassily Kandinsky, Paul Klee und eben Alexei von Jawlensky, also vier Fixsterne der Moderne der 20er Jahre. Und mit allen war Galka Scheyer gut bekannt und auch gut befreundet und ist tatsächlich 1924 dann rübergegangen mit deren Einwilligung und hat versucht, deren Kunst dort an den Markt zu bringen. Und das gestaltete sich als wahnsinnig schwierig. Und es gab dann einen Moment, wo Feininger das Gefühl hatte, jetzt könnte es wirklich klappen, nämlich als das Museum of Modern Art gegründet wurde, 1929. Bereits die zweite Ausstellung war eine Überblicksausstellung zur amerikanischen Gegenwartskunst. Nineteen American Painters hieß die. Begonnen hat man natürlich mit Picasso und Cezanne, eben kam schon die amerikanische Moderne. Und einer der 19 war Feininger. Und das Unangenehme für ihn war, dass als diese Ausstellung dann eröffnet wurde, die ganze Kritik sich darauf kaprizierte, ja gut, sehr schöne Ausstellung, aber was macht dieser komische Mensch, der seit mehr als 40 Jahren in Deutschland lebt, eigentlich in unserer amerikanischen Ausstellung? Das ist doch kein amerikanischer Maler. Man kann doch nicht sagen, dass jemand, der 1887 unser Land verlässt, nach Deutschland geht, nie zurückkommt, dass man den ernsthaft noch als Amerikaner bezeichnen kann. Das heißt, Feininger wurde in gewisser Weise, dieser Anspruch, Amerikaner zu sein, um die Ohren gehauen von der Kritik. Und dementsprechend hat er sich auch dort nicht durchgesetzt. Und das hat ihm, glaube ich, wirklich einen Schock versetzt, weil er plötzlich dachte, ich kann in meinem Heimatland überhaupt nicht mehr landen. Die haben mich aufgegeben. Ich bin eigentlich gar nicht mehr Amerikaner, in deren Wahrnehmung ich bin Deutscher. Und er fühlte sich gar nicht unwohl als Deutscher, 1929 schon mal gar nicht. Der konnte mit der deutschen Kultur viel mehr anfangen als mit der amerikanischen. Er fühlte sich von der Landschaft her irrewohl. Er hat Thüringen abgöttisch geliebt und die Ostseeküste genauso. Das heißt, für ihn gab es keine richtig guten Gründe, sich auf Amerika überhaupt einzulassen, bis es eben politisch völlig unerträglich wurde. Und da ging er wirklich mit schlotternen Knien rüber, weil er diese Erfahrung gemacht hatte und dachte, ich werde nie und nimmer meine Familie dort ernähren können. Nun waren die Söhne mittlerweile aus dem Haus. Das schlimmste Risiko war weg. Aber klar, seine Frau und sich selbst musste er immer noch durchbringen. Und es war hart. Als er 1937 zurückgegangen ist, hat er ungefähr fünf Jahre darauf warten müssen, wirklich dort auch wieder als Künstler anerkannt zu werden. Also sein Gefühl hat ihn nicht ganz getrogen. Und es war ja eine Zeit, also er war, wie alt? Mitte 60? Als er zurückgegangen ist, 1937, war er 66 Jahre alt. 66 Jahre. Da ist für manche Künstler die Karriere auch schon vorbei. Oder man denkt, Künstler wie Schiele waren schon längst tot und sind nicht halb so alt geworden. Aber dass er es nochmal geschafft hat, in Amerika Fuß zu fassen. Gut, er war Amerikaner, aber auch künstlerisch noch weiterzumachen. Also die Motive sind ja ganz oft die kleinen thüringischen Dörfer oder die Ostseeküste, die Natur dort, die Landschaftsschiffe. Aber vor allem diese kleinen Orte wie Gelmaroda oder Teltow. Also das finde ich so entzückend, dass er dann diese Motive immer noch im Herzen hat und auch in seinen Naturnotizen immer wieder rausholt. Und auch in den Jahrzehnten, die er dann noch in Amerika hatte, weiterhin diese Orte malt. Und sogar das, was er dann in Manhattan als Motiv findet, hat so den, also wie wenn er so die kleinen, die Gassen, die er in den Dörfern gefunden hat in Deutschland, dass er die dann monumentalisiert. Aber es hat so eine ähnliche Anmutung teilweise. Seine Manhattan-Bilder erinnern dann auch wieder an Teltow oder Gelmaroda. Siehst du das auch so? Ja, es stimmt absolut. Also gerade auch bei einigen Ansichten von alten Ostseedörfern oder Kleinstädten ist es so, dass man manchmal das Gefühl hat, da hat er, ohne es natürlich zu wissen, für Manhattan schon geübt. Also bestimmte Perspektiven, die er durch diese Hochhausschluchten durchmacht, wo dann im Hintergrund der East River oder der Hudson River auftauchen, das ist genau so, wie er in den frühen 30er Jahren teilweise die Städtchen an der Ostsee gemalt hat. Auch durch die alten Gassen, natürlich mit viel niedrigeren Gebäuden durch und im Hintergrund ist so ein kleines Stück Ostsee, was da so aufblitzt. Also da merkt man, hat er tatsächlich für sich schon eine Bildästhetik gefunden, die er in Manhattan toll verwenden konnte. Aber das war interessanterweise der einzige Ort in Amerika, den er wirklich dann in seine künstlerische Welt übernommen hat. Er ist auch gar nicht mehr so viel gereist. Er hatte feste Ferienquartiere im Haus der Gropius oder in Connecticut, wo er bisweilen die Sommer dann verbracht hat. Aber da hat er so gut wie nichts mehr gemalt und auch keine Naturnotizen mehr angefertigt. Da hat er wirklich ganz nostalgisch an den alten deutschen Motiven festgehalten, hat auch weiterhin Gemälde mit denen angefertigt, Aquarelle gemalt. Er war im Herzen eben doch jemand, der mit dieser deutschen Landschaft unglaublich eng verbunden war. Und es gibt einen hinreißenden und auch leider Gottes herzzerreißenden Brief aus seinen letzten Lebensjahren, wo er der Witwe eines anderen Bauhausmeisters nach Deutschland schreibt und eben sagt, ja natürlich ist es schön hier in Amerika, natürlich muss es schrecklich sein, jetzt im zerstörten Deutschland. Aber so etwas wie den Bodensee, wo du lebst, sowas gibt es in Amerika nicht. Oder so etwas wie die Ostsee, nein, wo soll ich das denn hier hernehmen? Oder erst die thüringischen Dörfer. Das ist natürlich unglaublich, wenn man bedenkt, was in Amerika landschaftlich geboten ist, was er aber auch wirklich nicht sehen wollte. Er hatte seine Ideallandschaften gefunden und alles kam ihm vor wie aus zweiter Hand. Und da merkt man wirklich, Feininger wäre sofort, glaube ich, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, auch nochmal nach Deutschland zurückgegangen. Aber so wie er in den 50 Jahren Deutschland, so gut wie ein einziges Mal ganz am Ende mal nach Amerika zwischendurch zurückgegangen ist, um wieder nach Deutschland zurückzukehren, so ist er auch in den fast 20 Jahren, die er noch in Amerika gelebt hat, nie mehr nach Deutschland zurückgekommen. Er hat ja auch fotografiert. Hast du dir auch alle Fotos angeschaut, die im Busch-Reisinger-Museum, also die kann man ja sogar teilweise oder ich glaube komplett digital anschauen? Ich vermute, sie sind komplett digital erschlossen, wobei witzigerweise nirgendwo eine genaue Angabe dazu zu finden ist. Das ist ein Forschungsgebiet, das erst relativ jung bei, bei Lionel Feininger erschlossen ist. Wir kennen alle Andreas Feininger, seinen Sohn, einer der wirklich bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Und auch Theodor Lux, sein dritter Sohn, war ein sehr begabter Fotograf, der allerdings als Maler bekannter ist. Und dementsprechend ist Vater Feininger so ein bisschen neben die Schiene gefallen. Also sein Sohn war einfach dann doch, muss man auch ehrlich sagen, der viel bessere Fotograf. Aber auch Lionel Feininger hat Zeit seines Lebens viel fotografiert, hat das auch in den 20er Jahren durchaus als Vorlagen genutzt für seine Gemälde. Und ich habe mir viel angesehen, aber nicht systematisch alles. Denn es ist doch mehr eine Lebensbeschreibung als eine Kunstanalyse. Und es war für Lionel Feininger auch immer ein heikles Thema, auf seine Fotografie angesprochen zu werden. Er hat das relativ geheim gehalten. Er hatte immer eine Kamera bei sich. Aber als einer seiner engsten Freunde, der Museumsdirektor Alois Schardt, irgendwann mal einen Aufsatz geschrieben hat, wo er einfach nur schrieb, was auch stimmte, dass Feininger einige seiner berühmtesten Gemälde durchaus nach der Grundlage von Fotos erstellt hat, war Feininger absolut empört. Das war nicht vereinbar mit seinem Verständnis von freiem Künstlertum, obwohl er es so machte. Aber das wollte er nicht kolportiert sehen. Interessant. Also ich habe nur impressionistisch sozusagen mir einige Bilder angeschaut dort. Und da habe ich vor allem Berlin-Bilder gesehen. Ich habe gar nicht gesehen, ob er auch die Dörfer so fotografiert hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht doch so ein großstädtisches Medium ist. Und der Andreas Feininger, sein ältester Sohn, hat ja dann auch Feuer gefangen. Ich habe übrigens ein paar Jahre im gleichen Haus gewohnt wie Andreas Feininger. Allerdings war er da schon gestorben. Und Louis Bourgeois hat nur zwei Häuser weiter gewohnt. Aber irgendwie ist das so eine kleine Verbindung, dass ich denke, irgendwie eine Feininger-Verbindung war da. Eine, um die ich unendlich beneide. Und was ich leider Gottes versäumt habe, als ich in New York war 2019 und dem im MoMA eben im Archiv gearbeitet habe, um da die Sachen zu Feininger einzusehen, habe ich aus einer idiotischen Überlegung heraus, nämlich hier kommt man ja das Flott wieder mal hin, mir eben weder das Haus angeguckt, wo er gewohnt hat, eben an der Eastside, noch eben die anderen Orte, wo seine beiden Söhne gelebt haben. Und nicht mal seine Grabstätte in einem kleinen Ort oberhalb von New York, am Hudson River, habe ich damals besucht. Weil es mir so klar war, im nächsten Jahr kommst du ja wieder und dann gehst du diese Dinge nochmal ab. Also man darf wirklich nichts aufschieben. Nicht nur, wenn Pandemie ist. Man darf es einfach nie machen. Du hast nicht nur Julia Feininger in diesem Buch gewürdigt, sondern auch Galka Scheyer, über die wir schon gesprochen haben, aber auch noch eine andere Frau, die für Feininger wichtig war. Und auf deren Spuren bist du ja in Kalifornien auch gewandelt, Marguerite Friedländer. Kannst du ein bisschen was zu dieser tollen Keramikerin sagen und wie die beiden sich kennengelernt haben, was das für ein Verhältnis war? Die habe ich in gewisser Weise getrennt voneinander kennengelernt, nämlich Marguerite Friedländer über die unglaubliche Bedeutung, die sie als Keramikerin auch schon während ihrer deutschen Jahre gehabt hat. Marguerite Friedländer ist die Tochter einer sehr reichen jüdischen Kaufmannsfamilie aus Berlin, die aber in Lyon geboren ist, wo die Familie damals lebte, weil sie da auch wieder einen großen Teil ihres Geschäfts abwickelte, die aber schon als Kind wiederum zurück nach Berlin gekommen ist, dann ans Bauhaus gegangen ist als junge Frau, um sich dort ausbilden zu lassen und dort Schülerin von Gerhard Marx wurde. Und Gerhard Marx wiederum ist einer der engsten Freunde von Lionel Feininger gewesen, vom Bauhaus her, aber die kannten sich auch schon ein bisschen vorher. Und so hat er wiederum auch Marguerite Friedländer kennengelernt. Und Friedländer war so etwas wie die Lieblingsschülerin von Marx, weil sie eine grandiose Organisatorin war, ganz ähnlich wie Galka Scheyer und auch ein absolut freier Geist in dem, wie sie arbeitete. Und dementsprechend ist in der Weimarer Zeit, als Marx noch Bauhauslehrer war, also in der ersten Hälfte der Bauhauszeit, der Austausch zwischen ihm, zwischen Feininger und zwischen Friedländer sehr intensiv gewesen. Es gibt leider keine Briefwechsel, denn die haben sich nun leider gottestäglich gesehen und mussten sich nicht schreiben. Aber es gibt natürlich ganz viele spätere Lebenszeugnisse und sie waren wirklich sehr eng befreundet. Und Marx ist dann vom Bauhaus weggegangen, als die nach Dessau umzogen, ist nach Halle an die Universität oder an die Kunsthochschule gegangen. Friedländer ist mit ihm dorthin gezogen und ist natürlich als Jüdin sofort 1933 entlassen worden, hat sich erst in die Niederlande abgesetzt und ist dann 1940 nach Amerika gerade noch vor dem Einmarsch der Deutschen weggekommen. Und dort ist sie zu dem geworden, was nun wirklich ihre kunstgeschichtliche Bedeutung ausmacht, nämlich weiterhin als Keramikerin zur, muss man sagen, Begründerin eigentlich der modernen amerikanischen Keramik. Man muss sagen, jeder wichtige amerikanische Keramiker ist wahrscheinlich durch ihre Schule gegangen, weil sie einzelne Meisterkurse anbot, die man dann im Sommer bei ihr belegen konnte. Und für mich war so faszinierend, dass man da jemand hat, der umgekehrt zu Feininger aus seinem Land rausgegangen ist und dann eine neue Heimat sich suchen musste, nämlich die Vereinigten Staaten. Sich immer natürlich als Deutsche, obwohl sie auch die französische Staatsbürgerschaft hatte, verstanden hat und sich dann dort einleben musste. Aber im Endeffekt darauf ganz anders reagierte als Feininger, der als Amerikaner nach Amerika zurückkam. Und diese parallele Exilerfahrung war für mich so interessant. Die beiden haben sich witzigerweise oder traurigerweise in Amerika nie mehr wieder gesehen. Oder ich glaube, einmal hat doch, sie hat ihn ganz früh besucht, als sie 1940 nach New York kam, um sich Rat zu holen. Aber es gibt darüber leider keine Aufzeichnung, außer einer kurzen Bemerkung, dass sie ihn gesehen hat. Die haben sich danach nicht mehr geschrieben, die hatten keinen Kontakt mehr miteinander, was erstaunlich ist, denn beide haben sich wirklich sehr geschätzt. Aber Friedländer ist eine so faszinierende Persönlichkeit in der Kunstgeschichte und so, wie sie gelebt hat. Und sie hatte eben dann letztlich ein Studio, ein Atelier in Kalifornien. Und da bin ich tatsächlich in meinen drei Monaten, die ich dort war, hingefahren. Und es ist einer der magischsten Orte, die ich jemals besucht habe. Dankenswerterweise ist er letztes Jahr nicht abgebrannt. Das Feuer hat in die großen Waldbrände in New York haben unmittelbar bis vor das dankenswerterweise unter Denkmalschutz stehende Areal gewütet. Die Feuerwehr hat heldenhaft um die musealen Bauten da gekämpft und hat es geschafft, das Feuer wegzuhalten. Also es ist ein Albtraum, die Vorstellung, dass das alles niedergebrannt wäre. Aber man muss ehrlich zugeben, das war schon zur Zeit von Margarete Friedländer immer das große Risiko. Die Anwohner, die ihre Nachbarn haben unglaublich skeptisch auf diese Keramikerin, die mit ihren heißen Öfen da agierte, geguckt und hatten immer Sorge, da bricht ein Brand aus. Also ich fürchte, wenn alles normal läuft, das wird irgendwann in den nächsten zehn Jahren unrettbar abbrennen. Ich bin überglücklich da gewesen zu sein. Ich will auch unbedingt noch mal hin. Es gibt wenig schönere Orte in der Welt und das Leben dieser Frau ist bemerkenswert. Also sie hat die Bauhausidee weitergetragen, eine Bauhausidee weitergetragen. Da gab es ja dann auch Konflikte am Bauhaus und hat was Neues draus gemacht in Amerika. Keiner war länger Bauhausmeister als Feininger. Könntest du mal seine Lehrtätigkeit charakterisieren? Ja, Lehrtätigkeit ist ein großes Wort für das, was Leinl Feininger unter Bauhausmeistertum verstand. Feininger wurde sofort von Gropius, den er aus revolutionären Zusammenarbeiten her kannte, gefragt, ob er Lust hätte, mit ihm das Bauhaus zu begründen. Also Gropius war der Ideengeber und der Organisator, aber er wollte ein paar Leute als Meister mit dabei haben. Dazu gehörte Feininger, dazu gehörte Gerhard Marx. Darum sind die drei Bauhausmeister der ersten Stunde. Die drei haben wirklich angefangen, als das Bauhaus aufmachte. Alles, was danach kam an Berühmtheiten, die eben schon genannten oder auch Leute wie Boholinac, wie Albers und sowas kamen später. Und Feininger ist tatsächlich durch sein langes Verbleiben in Deutschland auch bis zur letzten Stunde des Bauhauses formal Bauhausmeister geblieben. Aber gelehrt hat er nur in Weimar. In Weimar hat er in der Tat auch etwas wie Kurse gegeben. Er hatte die Grafikwerkstätten unter sich und hat sich begeistert mit Holzschnitt beschäftigt. Aber das Problem war, dass Feininger große Schwierigkeiten hatte, in großen Kontexten aufzutreten. Deshalb ging er auch nie zu seinen eigenen Ausstellungseröffnungen und deshalb hatte er keine Freude am Lehren. Er war ein fantastischer Lehrer, wenn es ums 1 zu 1 Gespräch ging. Also alle seine Schüler schwärmen von ihm, weil er so Anteil nahm an der künstlerischen Entwicklung, weil er die Sachen so toll vermitteln konnte. Aber das tat er eben nicht als Lehrer vom Katheder aus, sondern durch unmittelbare Anleitungen und dadurch, dass man ihm Arbeiten zeigte und er seine eigenen vorführte. Er war wirklich ein Praktiker als Lehrer. Und darum hat er sich, als es nach Dessau ging mit dem Bauhaus, zusichern lassen, wenn ich mitgehe, und das wollte Gropius unbedingt von ihm, weil das einfach eine so prominente und auch so integrative Persönlichkeit fürs Bauhaus war, dann mache ich das nur, wenn du mich von jeder Lehrtätigkeit freistellst. Ich will auch gar kein Geld von euch. Ihr lasst mich im Meisterhaus leben, das ist Entlohnung genug. Ich verdiene mittlerweile nicht schlecht mit meiner Kunst und ich bin pro forma Bauhausmeister, aber ich mache überhaupt keinen Unterricht mehr. Das heißt, dieser Bauhausmeister Feininger von 1926 an hat überhaupt nichts mehr am Bauhaus selber gemacht. Er hat nur noch für seine Kunst gelebt und das ging so bis zur Auflösung des Bauhauses 1933. Und das war für Feininger der Idealzustand. Er war in einem extrem inspirierenden Umfeld. Direkt nebenan wohnten Kandinsky, wohnten Klee, Gropius wohnte ein Haus weiter. Er hatte seine Freunde um sich, den fantastischen künstlerischen Austausch und keinerlei Lehrverpflichtungen mehr. Wohnte umsonst, verdiente genug Geld mit seiner Kunst, um die Familie gut durchzubekommen. Traumhaft. Er hat, glaube ich, nie so glücklich gelebt wie in den späten Jahren der Weimarer Republik. Und dann kamen die Nazis und er musste das Meisterhaus verlassen. Er ging nach Berlin, er konnte kaum noch Kunst verkaufen. Es war wirklich, als wäre man vom Himmel in die Hölle gekommen. Und dann waren seine Bilder ja auch bald Teil der Wanderausstellung Entartete Kunst. Wie war das für ihn? Er hat die schlimmste Ausstellung nicht mehr erlebt, denn die große Beschlagnahmeaktion Entartete Kunst lief 1937 im Sommer. Da war er gerade nach Amerika rübergegangen und hat das sozusagen sich nur noch beschreiben lassen. Aber er war schon Bestandteil der ersten Entartete Kunstausstellung der Nazis, die schon im Frühjahr 1933 losgingen. Da hat man bereits in Dresdner Museen Werke von ihm beschlagnahmt und in dieser Ausstellung denunziert. Und das hat er natürlich sehr schwer genommen. Nur dachte er noch, na gut, das sind die Eiferer unter diesen Nazis und die haben doch keine Chance, gegen die ewigen Werte der deutschen Kunst sich wirklich durchzusetzen. Er war tatsächlich sehr optimistisch, dass es eine kurze, übereiferte Phase sei und dass danach sich natürlich die Qualität wieder durchsetzen würde. Denn Deutschland, das war für ihn ja ein wunderbares Land, da konnte so jemand wie Hitler sich doch nicht jahrelang halten oder so. Und darum hat er wirklich 1933 immer noch ganz sicher damit gerechnet, dass er an die alten Erfolge würde anknüpfen können, dass mit der Moderne, wie er sie verstand, in Nazi-Deutschland allemal Staat zu machen wäre. Und das hat ihn unglücklicherweise eben auch noch wahrscheinlich etwas länger in Deutschland gehalten, als es sonst der Fall gewesen wäre. Ich denke mal so Ende 1933 wusste er, er würde keine Chance mehr haben. Wenn man die Ausstellungslisten dann durchguckt, dann sind die Zahlen von Ausstellungen entarteter Kunst viel größer als die Ausstellungen normaler Präsentationen in Galerien, die er noch machen konnte. Staatliche Museen zeigten ihn eh nicht mehr. Und dementsprechend ist es ganz, ganz sicherlich ein extrem belastendes Gefühl gewesen, seiner Kunst wegen auch verdammt zu werden. Ihm selber konnte ja, wie gesagt, als amerikanischer Staatsbürger gar nicht viel passieren. Aber seiner Kunst konnte man sehr übel mitspielen. Und da merkte er, dass es immer schlimmer wurde. Es gab ja eine ganz kurze Zeit durch seinen Weggefährten Alois Schardt, dass die Feiningers sich noch Hoffnung gemacht haben. Denn Alois Schardt war zwar ein totaler Verfechter der Moderne, wurde aber kurzzeitig 1933, war es 1933, wurde er Direktor der Nationalgalerie. Das ist auch ein Kapitel, das ich erstaunlich fand. Das ist eines der erstaunlichsten Missverständnisse, was die Nazis überhaupt jemals hatten. Also die wussten ja leider Gottes ganz genau, was sie wollten. Und perfider konnte man kaum denken. Aber da haben sie sich wirklich von jemandem aufs Glatteis führen lassen. Denn sie haben damals, als sie an die Macht kamen, sofort den aktuellen Direktor der Nationalgalerie geschasst. Der galt als Sachwalter der Moderne. Der hatte eben die große Retrospektive für Feininger ausgerichtet, hatte Leute wie Klee und die Bauhausleute in die Nationalgalerie gebracht. Für die Nazis ein Albtraum. Wen berufen sie? Alois Schardt, den engsten Freund von Lionel Feininger, Direktor in Halle an dem Museum Moritzburg, ein ausgewiesener Sachwalter der Moderne mit allen Ausstellungen. Aber der war geschickt genug gewesen, als er merkte, in Berlin wird mein Kollege abgesägt, eine Programmschrift zu entwickeln, die er nach Berlin schickte vom Wesen deutscher Kunst, wo er versuchte, die Moderne herzuleiten aus der gotischen Tradition heraus. Was mit Leuten wie Feininger vielleicht gar keine so blöde Idee war. Feininger geht über die unglaubliche Faszination für die Romantiker wie Kaspar David Friedrich natürlich ganz stark auf beispielsweise gotische Stadtbilder und ähnliche Dinge zurück. Aber man muss auch sagen, es waren Leute wie Kokoschka mit in dieser Programmschrift vertreten, die von Anfang an von den Nazis gehasst wurden. Also es ist völlig unbegreiflich. Barlach gehörte dazu, Nolde, das waren alles die Helden, die Alois Schardt zu den großen Sachwaltern der deutschen Kunst erklärte. Und irgendwie hat das bei den Nazis verfangen. Sie haben ihn tatsächlich zum Nationaldirektor, also der Nationalgalerie-Direktor gemacht, um ihn dann nach drei Monaten schon wieder rauszuschmeißen, weil sie merkten, was sie sich da für ein Kuckucksei ins Haus geholt hatten. Schlimm für Schardt, keine Frage. Aber immerhin hatte dadurch Feininger eine gewisse Zeit lang gedacht, boah, jetzt wird es noch toller als der Weimarer Republik. Mein bester Freund ist an der herausgehobensten Stellung des deutschen Kunstlebens. Ja, jetzt starten wir durch. Und klar, es war sehr schnell klar, da war mit Durchstarten gar nichts mehr. Man konnte nur immer weiter versuchen zu retten, was zu retten war. Und das war wenig genug. Aber das ist eine faszinierende kurze Phase, wo man denkt plötzlich, oh Leute, moderne Künstler, die nicht gemeinsame Sachen mit den Nazis machen wollen, aber die denken unter den Nazis können wir richtig reüssieren. Ich war baff, als ich die entsprechenden Programmschriften und die entsprechenden Briefe dazu las. Und du hast tolle Sachen zitiert. Also wie du rausgefunden hast, dass Alois Schardt sogar seine, war seine Doktorarbeit, die er dann noch ein bisschen auffrisiert hat, um den Nazis irgendwie zu zeigen. Es ging um ägyptische Kunst, die Haltung in der ägyptischen Kunst. Und er hat dann noch so einen Extrabogen geschlagen und bis zum, ich wahrscheinlich der deutsche Mann 1933. Also auf eine, also es war wirklich so ein trojanisches Pferd, was er da mit reingebracht hat. Ja, und für mich wirklich diese Doktorarbeit ist verblüffend. Das war dann das Glück. Das Getty Research Institute in Los Angeles hat auch den Nachlass von Alois Schardt, weil der ins amerikanische Exil später gegangen ist und in Los Angeles gestorben ist. Und dankenswerterweise haben die sich irgendwie diesen Nachlass gesichert. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und da kann man wirklich minutiös verfolgen, wie Schardt angefangen hat 1933 im Frühjahr, seine alten Schriften auf ein, sagen wir mal, NS-gerechtes Verfahren umzufrisieren. Gar nicht an seinen Aussagen zu ändern, sondern einfach nur durch Ergänzungen mit Bildern oder mit Leuten, die den Nazis vielleicht genehm sein könnten. Das, was er bislang immer schon geschrieben hatte, denen einfach auch noch mal unter zu jubeln. In der Hoffnung, dass er all das, was er vorher toll fand, jetzt auch weiter toll finden könnte. Und das ist in der Tat etwas, wo ich glaube, dass, soweit ich zumindest in der Alois Schardt-Forschung, die so groß gar nicht ist, feststellen konnte, da hat noch niemand hingeguckt, was er wirklich in diesen paar Monaten selber angestellt hat, um irgendwie nicht seine Spuren zu verwischen, sondern es einfach in eine andere Richtung zu drehen. Ein wahnsinnig intelligenter Taktiker und überhaupt keine bösen Absichten. Der wollte nicht willfährig werden, sondern er wollte etwas retten, wovon er absolut überzeugt war. Wir haben noch nicht Lionel Feininger als Vater beleuchtet in unserem Gespräch hier. Er hatte ja zwei Töchter mit seiner ersten Frau, um die er sich wenigstens mit Zahlungen gekümmert hat. Und es muss wohl ein höfliches Verhältnis gewesen sein, aber nicht so herzlich, dass er sich zum Beispiel bemüht hätte, sie aus dem Krieg rauszuholen nach Amerika. Oder zumindest weiß man nichts davon. Und er hatte dann mit seiner großen Liebe Julia Feininger die drei Söhne, Andreas, Lawrence und T. Lux. Ich kann mir vorstellen, dass er ein guter Vater gewesen ist, weil es so schöne, also zum Beispiel, dass er Spielzeug geschnitzt hat. Oder dass er mit seinem Sohn T. Lux dann auch im Central Park noch mit dem Modellboot unterwegs war, am großen See dort. Wie siehst du das? Oder war er jemand, der sich vor allem um seine eigene Kunst gekümmert hat und sich gerne absentiert hat? Das hat er ein paar Monate im Jahr gemacht. Das gehörte mit dazu, dass er sich tatsächlich im Frühjahr schon in Richtung Ostsee aufmachte und dort ein, zwei Monate alleine war. Manchmal, wenn die später etwas älter wurden, begleitet von einem seiner Söhne, die ja auch alle Künstler waren und dann da auch irgendwas machten. Aber ansonsten war er, glaube ich, ein fantastischer Familienvater. Alle drei Söhne lassen in ihren späten Äußerungen wirklich überhaupt nichts auf ihren Vater kommen. Das sind so rührende Erinnerungen an diese Herzlichkeit in der Familie, an beide Eltern, aber an den Vater nochmal ganz besonders, wegen eben dieser Bereitschaft, sich auch auf die kindliche Fantasie einzulassen, diese Spielzeuge herzustellen, sich ganz auch auf die kindliche Bilderwelt einzulassen. Gerade im Ersten Weltkrieg kommen in Feiningers Bilder plötzlich wie so Kinderzeichnungen rein und die sind inspiriert von den Zeichnungen von seinem ältesten Sohn Andreas. Daraus hat er nie ein Geheimnis gemacht und Andreas findet das auch später noch ganz fantastisch in seinen Erinnerungen. Und selbst die beiden Töchter, die relativ klein waren, nämlich noch weniger als zehn Jahre alt, als sich die Eltern haben scheiden lassen, müssen den Vater als großartig empfunden haben. Denn es gibt immerhin kleine, ganz kurze Erinnerungen seiner älteren Tochter Lore, die eben sagt, es war von einem Tag auf den anderen, das wunderbare Familienleben brach zusammen, als meine Eltern sich trennten. Natürlich haben die das dem Vater nicht verziehen, denn er ist weggegangen. Und das war schrecklich, aber die haben sich dann in den 30er Jahren wieder ein bisschen zusammengerauft. Feininger hat sie im Krieg und nach dem Krieg unterstützt, aber eben leider nicht rausgeholt. Und das führte tragischerweise dazu, was er nicht wissen konnte und auch erst nach dem Krieg erfahren hat, dass seine erste Frau ermordet worden ist von den Nazis. Die ist als Jüdin deportiert worden. Man kennt die genauen Todesumstände nicht. Man weiß noch, sie war in Theresienstadt, wurde dann in die Richtung der polnischen Vernichtungslager deportiert. Und es gibt dann kein Zeugnis mehr von ihrer Existenz, ob sie dort ermordet worden ist oder ob sie auf dem Transport schon gestorben ist, was ja auch heißt ermordet worden. Das weiß keiner. Es muss für ihn entsetzlich gewesen sein, das nach 1945 durch seine ältere Tochter zu erfahren. Denn natürlich hätte er, so blöd es jetzt klingt, als amerikanischer Staatsbürger versuchen können, sie rauszukriegen. Das hat er nicht getan. Es gibt keinerlei Äußerungen von ihm darüber. Das ist der blinde Fleck von Feininger in seiner Biografie, wo ich hoffe, dass sich irgendwann noch mal was zu finden lässt. Man weiß nur um das Faktum, dass er es erfahren hat, aber nicht, wie er darauf reagiert hat. Ich stelle es mir wirklich verheerend vor, gerade weil er so ein Familienmensch war. Und selbst wenn er seine erste Frau nicht so geliebt hat wie die zweite, er hatte eben zwei Töchter mit ihr. Und er hat sich um die Töchter zumindest extrem bemüht und getan, was er konnte. Und dementsprechend fürchte ich, dass das wirklich noch mal ein ganz schwerer Schlag in seinem späten Leben war. Und allein die Tatsache, dass er zu niemandem darüber gesprochen hat, fürchte ich, zeigt, wie tief ihn das beschäftigt hat. Denn er war eigentlich jemand, der gerade im Gespräch mit Freunden oder sowas wenig Hehl aus seiner familiären Situationen machte. Auch um den mittleren Sohn mussten die beiden Eltern sich ja große Sorgen machen, haben oft Monate nichts von ihm gehört im Krieg. Aber die haben es dann alle, die drei Söhne, haben es unbeschadet überstanden. Übrigens schreibst du ja auch so schön, dass die Namen der Söhne für die Eltern, Papi Leo und Mami Julia, dass die sich sogar eingebürgert haben im Freundeskreis. Also Papi Leo wurde dann auch von Freunden so genannt. Das klingt ja auch sehr herzlich und aufgeschlossen. Ja, das war es. Also man merkte einfach, diese Familie lebte auch mit in diesen Künstlerkreisen. Das war überhaupt am Bauhaus so faszinierend, dass die privaten Kontakte auch so intensiv waren. Das hat Gropius ja auch durch diese Bauersiedlung in Dessau noch mal wirklich versucht zu forcieren. Und es gibt, wer weiß, wie viele tolle Erinnerungen von Bauhausmeistern der verschiedensten Provenienz an die Familie Feininger. Weil man natürlich, wenn man mit Lionel Feininger was zu tun hatte, dann traf man auf Julia. Das war gar nicht zu verhindern. Die kamen immer mit. Und die Söhne waren auch, sobald die zurechnungsfähig waren, auch immer mit dabei. Telux war der jüngste Bauhausstudent irgendwann am Bauhaus. Und dementsprechend, die Familie Feininger, die kannten alle. Und in der Tat, wie du sagst, der Familienjargon prägte teilweise den Bauhausjargon über die Bezeichnungen. Bis dahin, dass tatsächlich Gerhard Marx beispielsweise in seinen späten Jahren, und da reden wir immerhin über die 70er, 80er Jahre, der ist sehr alt geworden, immer noch gern in seinen Korrespondenzen, wenn er über Feininger erzählt, den Begriff Papileo benutzte. Das klingt ja auch schon, klingt ein bisschen wie Schmetterling. Also, sehr schön. Was mich an Feininger, ich habe es vorhin schon gesagt, mit den Naturnotizen, die immer wieder auftauchen, mich fasziniert an diesem Werk, dass auch von den frühesten Comics bis zu den Spätwerken, als er dann schon, wie alt war er, 80 oder so? Ja, über 80, er ist 85 geworden. Über 80, dass immer wieder Motive auftauchen. Aber auch sogar, dass die Technik, verschiedene Technikenspuren in anderen Techniken dann wieder hinterlassen. Zum Beispiel hat er ja so in der Zeit des Ersten Weltkriegs, war er mal im Harz mit der Familie. Und das muss eine bitterarme Zeit gewesen sein. Also, der große kommerzielle Erfolg hatte sich noch nicht eingestellt. Und ich glaube, es war einfach auch kein Geld für Ölfarbe da. Oder vielleicht gab es Lieferschwierigkeiten im Ersten Weltkrieg. Also, er hat sich dem Holzschnitt gewidmet und hat dort nochmal eine Technik gefunden, die dann aber auch für spätere Ölbilder wichtig wurde. Wenn diese, die geraden Linien des Holzschnitts, die dann wirklich im Motiv ziemlich genau viele Jahre später auch in seinen Ölbildern auftauchen. Also, das finde ich rührend. Und das hat so eine Ernsthaftigkeit. Es gab ja Jahre, in denen er ganz wenig gemalt hat. Aquarelle zwar schon und Naturnotizen gezeichnet, aber es gab ja, es gibt auch Jahre, in denen er nur zwei Ölbilder gemalt oder sowas. Ja, und er war durchaus auch bereit, Dinge, die ihn überhaupt nicht selber überzeugten, zu zerstören. Also, gerade Frühwerk ist vermutlich vieles von ihm wirklich letztlich auch aufgegeben und damit vernichtet worden. Es gibt Bilder aus den 20er, 30er Jahren, die wir nur deshalb noch haben, weil ein sehr enger Freund von ihm, die ja in gewisser Weise beim Umzug von Feininger aus Dessau nach Berlin dann einfach mitgenommen hat, weil Feininger die sonst zurückgelassen hätte. Und dem wäre egal gewesen, was damit passiert. Und er war aber gleichzeitig jemand, genau wie du es gerade beschreibst, der seine Techniken immer wieder versucht hat, fruchtbar zu machen für spätere Dinge. Der auch immer wieder Motivsprachen von früheren Jahrzehnten aufgenommen hat. Was man durchaus in einigen Aspekten auch psychologisch aus Krisenempfindungen oder so heraus erklären kann. Man merkt das beispielsweise so kleine Gespensterfiguren, die ein bisschen wie Kinderzeichnungen aussehen. Die kommen im Ersten Weltkrieg ganz stark und die kommen im Spätwerk in der Zeit des ausgehenden Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit dann plötzlich wieder, wenn dieses Unheimliche, das Zerstörte der deutschen Heimat und sowas bei ihm zum Bewusstsein kommt. Und da merkt man, wie er da wieder Rückgriff nimmt auf einerseits die sehr bedrückte Zeit während des Ersten Weltkriegs in Deutschland, aber auch zur Unschuld dieser Kinderzeichnungen. Und das ist für mich wirklich einer der interessantesten Aspekte. Das ist kein Werk aus einem Guss, wo man sagen kann, das ist etwas, was sich ganz klar linear entwickelt. Aber es ist etwas, wo ich sagen würde, bei jeder Zeichnung, bei jedem Bild erkennt man, dass es von Lionel Feininger ist. Es gibt auch wenig Menschen, die so wie er gearbeitet haben, obwohl es diverse Adepten gibt. Und er hat über die Qualitätsmaßstäbe, die er hatte, dann doch ein überschaubares Werk. Wir reden von, glaube ich, knapp 600 Gemälden, Tausende von Aquarelle, unendlich viele Naturnotizen. Aber das ist für eine 50-jährige Schaffenszeit dann doch nicht übermäßig viel, wenn wir es jetzt mal mit Picasso vergleichen oder auch mit Leuten wie Magritte oder Cezanne. Aber es ist halt doch etwas, was eine ganz wunderbare Persönlichkeitsentwicklung verfolgen lässt. Weniger eine ästhetische Entwicklung als wirklich eine, wo man den Bildern auch jeweils den Zustand ihres Künstlers ablesen kann. Und das finde ich schon wahnsinnig faszinierend. Sogar Motive aus den Comics. Also er hat ja in den Comics schöne Dörfer gemalt, gezeichnet, die zum Beispiel, die Häuser haben Gesichter. Und sogar sowas kann man dann später, als er längst schon wieder in Manhattan war, kann man sehen, wie manchmal, denkt man, das bilde ich mir das jetzt nur ein, dass dieses Gemälde, dass diese Fassade ein Gesicht hat. Aber es ist so. Es ist eben dieser Bogen von den frühen Comics bis zu den ganz späten Werken. Lassen sich so Motive nachverfolgen. Übrigens, ich habe ja auch mal ein paar Monate am Werkverzeichnis von Lionel Feininger mitgearbeitet bei Achim Möller. Das ist mittlerweile, die Gemälde sind online und da kann man natürlich toll das chronologisch verfolgen und sich alle Werke anschauen online. Das macht Spaß, dann zu sehen, was wieder auftaucht und was so die großen Themen sind. Schiffe sind ein Thema von Anfang an. Er ist ja in New York, hat er als Kind schon am Hafen Schiffe gesehen in seiner kurzen Zeit. In Hamburg hat er natürlich Schiffe gesehen und dann auch selber Schiffe gebastelt mit seinen Söhnen. Und ein ganz spätes Projekt betraf ja auch Schiffe bei der Weltausstellung. Vielleicht sagst du dazu noch zwei Worte in New York. Das war sein erster größerer finanzieller Erfolg in Amerika. Es gab eine Weltausstellung in New York, die heute nicht mehr so im Bewusstsein der Leute ist. Aber wenn man für Tennis-Fans, wenn man weiß, dass Flushing Meadows, wo das amerikanische große Tennisstadion war, immer noch ist in New York, das ist das Gelände der damaligen Weltausstellung. Flushing Meadows war der Schauplatz. Das wurde damals erschlossen als Weltausstellung, als Expo-Gelände. Und da gab es genau, wie es heute auch noch bei Weltausstellungen der Fall ist, große Pavillons, die logischerweise in der Krisenzeit wie der damaligen nicht von so vielen Staaten bestückt wurden, wie das heute der Fall war. Darum haben sehr viele Institutionen solche Pavillons errichtet. Und eines war der Marine-Pavillon, sprich von der amerikanischen Seefahrt gefördert, sowohl von der Marine wie aber auch von der Handelsschifffahrt. Und da wollte man große Wandgemälde haben. Und dankenswerterweise war einer der Kuratoren der Weltausstellung für das künstlerische Programm ein enger, alter Freund von Feininger, der vor 10, 15 Jahren aus Deutschland nach Amerika ausgewandert war. Und Feininger war gerade seit einem Jahr in Amerika gelandet. Und daraufhin wurde ihm von diesem guten Freund dieser Auftrag zugeschanzt. Und da sind riesige Wandgemälde entstanden, die allerdings, weil diese Sachen alle temporär waren, mittlerweile verloren sind. Und man muss auch sagen, Feininger hat keinen Strich selber an diesen Wandgemälden ausgeführt. Denn das erlaubten die Gewerkschaftsregelungen nicht. Er hat die Entwürfe gemacht, aber er durfte nie selbst Hand am Bau des Pavillons anlegen. Das durften nur eingeschriebene Gewerkschaftsmitglieder. Darum wurde alles übertragen. Und Feininger war auch gar nicht so wahnsinnig glücklich mit der Ausführung. Das heißt, er wird nicht sehr darunter gelitten haben, dass das ganze Zeug verloren gegangen ist. Er hat dann später noch mal für einen Ozeandampfer Salonentwürfe gemacht, die auch von anderen ausgeführt wurden. Die sind auch verloren. Also im Endeffekt das Große, was er an maritimer Malerei gemacht hat, existiert nur noch in hinreißend schönen Zeichnungen und Fotografien der Ausführung. Aber es ist schon verblüffend, was im 20. Jahrhundert auch an Kunst verloren gegangen ist. Ich danke dir, Andreas, für dieses wunderbare Gespräch und vor allem für dieses fantastische Buch. Eine Biografie zum 150. Geburtstag, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Wer ein signiertes Exemplar möchte, kann hier in Frankfurt bei der Autorenbuchhandlung oder bei Land in Sicht fündig werden. Und ich kann es nur empfehlen, es ist eine wirklich großartige Künstlerbiografie, die viele Fenster in Richtungen eröffnet, die bisher verschlossen geblieben sind. Andreas, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Danke dir vielmals, Lisa. Tschüss. Tschüss.